Willkommen zu diesem Scream. So, sag mal Hallo, TrainX. Hallo. Ja, also, wenn ihr euch wundert, warum hallo oder warum ihr euch wundert, hallo. Wir haben gerade eine schöne zweieinhalb stunden lange Session von Paladins aufgenommen und hochgeladen, wenn ihr es vor dem hier seht. Wenn nicht, dann herzlich willkommen und ja, wir spielen jetzt weiter Brawlhalla, weil macht Spaß und so. Lad mich ein, bitte. Dieser Bot hat sich gerade selber umgebracht. Es gibt Suicideable Boats Forever. Ich habe gerade gesehen, dass es ein Super Saiyajin-Dings gibt. Super Saiyajin was? Es gibt einen Super Saiyajin-Tornt von, äh, keine Ahnung, wie der Teepee ist nochmal, der auch auf dem Titelscreen ist. Unleash your key and feel the power. So. Das Spiel hat sich verändert, warum aus denn her? Mhm. Nein, halt. Oh, oh, was ist das denn da für ein kostenloser Charakter, den man spielen kann? Oh nein, ich nix. Not the nix again. Oh mein Gott. Warum lache ich über das? Hey, jetzt habe ich drei Charaktere, die man normalerweise nicht spielen kann. Okay, ich nehme auf jeden Fall nix. Also Red Bull. Red Bull? Oh mein Gott, das ist aus. Feel the sense. Oh. Bam. Okay, das ist cool. Das ist cool. Er ist cool. Er ist cool. And he makes all the things that knocked the nix again. Triple knockout. Einfach eine wundersmacken. Ja. Dolceing for players. Dauert ein bisschen lange, ne? Kann das sein. Ja, ja, um die Uhrzeit ist in Europa, komm mal jemand wach. Überleg mal. Oh, da hat jemand Yumiko. Da hat sich einfach jemand instant Yumiko gold. Hm, Katzenohrenbonus. Denk ich mal. Fucking Furries. Alle Furrytel Boys und Girls. Oh yeah. Bam. Not the nix again and Red Bull. Making Teamplay. Making Team aufs Maul bekommen. Yumiko erinnert mich irgendwie an dings, ähm, an andere Charaktere. Genau auch. Mach platz. Mach platz. Los, mach platz. Sag mach platz. Los. Oh yeah. Pistols. Noch nie mit Pistols gespielt. Bin tot. First Swipe. Second Swipe. Fuck the shit. I'm out. Wirst du Stress? Wirst du Stress mit Not the nix again? Äh, Mr. nix again. Sorry. Sorry. Wollt grad sagen Not the nix again. Das ist irgendwie falsch. Hm, hm, hm. Irgendwie der nix again. Not the nix again. Not the nix again. Sondern irgendwie der nix again. Oh mein Gott, hör auf. Da. I'm the trace, man. Du verkriegst aber gerade richtig. Er kriegt voll aufs Maul, weil die eine dann campen lässt. Also nicht campen, sondern eher mir voll auf den Sack geht, wenn jetzt abgeknallt ist. Die bitch. Das nennt man's gilt. Aua. Sorry. Sorry. Das nennt man Teamplay. Ja, sorry. Hab das gelernt bei COD. Ouch. Double knockout. Double knockout. 4-4. Boom. 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 Let the bombs out. Boom. Da, du elf. Schauch Zelda. Zelda. Too, du elf. Schauch Zelda. Zelda. No, link. Zelda. Zelda. Jo, Prinz, das ist in einer anderen Game. Du, opfer. I'm down. Und weg geht dir. Und weg geht dir. Nix ist cool. Ha. So wie mein Kanal. Und umtsch. Na ja. Was? Na ja. Was? Na ja. Was? Na ja. Nichts? Aber warte, du bist gerade gestorben. Ja, Red Bull. Verleiht Äxtenflügel. Oh mein Gott, sie ist der Nine-Held-Fox. Nein, das ist nur vier. Oh mein Gott, sie ist der vier Schwänzige. Sie hat vier Schwänze, scheiße. Pass auf. Einer ist schon schlimm genug als Frau, aber vier? Oh mein Gott, sie kann sich teleportieren. Wie ist Naruto? Du bist tot. Wie ist ein Tod? Echt? Ja klar. Yumiko, Englisch. Der S-Team. Der SS-Team. Oh mein Gott. Wushang und Cassidy ist meine Mission. Was ist meine Mission? Äh, Wushang oder Asui? Wer ist Asui? Bist du das? Oh mein Gott, nein. Was für Waffen hatte Asui? Asui hat ein Schmerz und und Clown. Okay. Ich muss den nehmen. Ich bin grün, ich bin eine Giftkatze. Warte, wen hatte ich? Du hast den Opa. Wo ist scheinbar der Cassidy, genau. Das ist wieder ein Charakter, weil den ich nicht steigen kann, hier. Gerade, bei den CPUs. Und zwar die sind mit dem Hut und mit seiner Münze. Ach, äh, nicht Stanley Kubrick. Der Mr. Er hat so einen komischen Dämon. Wollen wir kommen, wir spin to win? War deiner nicht irgendwie mit voll vielen Kombos gesetzt? Ja. Einer ist irgendwie voll so richtig auf Drogen. Runter und Ypsilon spammen. Runter und Ypsilon spammen. Keep Corbin und spammen runter Ypsilon. Gegner, aber wo seid ihr? Zack, zack, zack. Oh, voll in die Minengeschmisse. Ich hab Schaden bekommen. Geh auf mit deinem, mit deinem Shuttle. Geh auf beim Shuttle. Geh auf beim Shuttle. Geh auf beim Shuttle. Oh, na. Ich bin Fletcher. Ich bin sowas von Fletcher. Bin die Akku-Katze. Du hast Schiss vor allem und jedem. Alles geht los. Ne, ich hab nicht... Oh mein, oh, oh, nix und... Nix, nix. Oh, shit. Okay. Casual Bon Ghost. Warum gibt es jetzt 40 Fassbier als Charakter? Okay. Oh, shit. Bin gestorben. Alle außer Terras. Alle außer Red Bull. Man sollte das Spiel nicht mit Xbox One-Controller spielen. Warum? Ähm, manchmal funktionieren die Kasten, manchmal gehen sie nicht. Jesus Christ, dieser Terras, der ist ja richtig jubelbutal. Das ist Red Bull. Das ist voll ein Flügel und dreht mich voll weg. Wie stark war der, ganz ehrlich. Der ist voll stark. Er ist dominating overpowered. Das ist ja auch, glaube ich, der hat nicht mehr wie möglich. Wer ist noch kein mal gestorben, hat er auch noch nicht mal super viel Damage bekommen. Oh, letztlich Nix-LP. Aha! Aha! Mr. Nix-LP ist zu stark für mich. Was hab ich noch? Red Bull verleicht. Ich bin mit Nix. Egal auf Time-Quest oder Quests. Ich mag Nix-LP. Nix-LP auf YouTube. Wer nimmst du dir? Dein Alien-Mongo nehmen? Cassidy! Oh mein Gott, Pistolen-Katze. Oh mein Gott, Pistolen-Typi und Hogen-Katze. 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 Warum machst du nichts? Weil ich hab auf meine Waffe gewartet. Hogen weg? Hogen weg? Upsi. Falscher Gegner. Ich hab unsichtbar das Dings gemacht. Und schüss. Down. Also das läuft nicht so gut wie Dings. Paladins. Ich weiß gar nicht was du meinst. Wir haben noch keine Runde gewonnen. Darf ich das mal so anmerken? Upsi. Falschen Menschen. Falschen. Kassidy oder Pistich? Kassidy oder Pottet? Meine Assassine. Du bist hier. Genau. Das ist doch sowas von der Assassine. Zwei versteckte Klingeln und Pistolen. Assassin's Creed 3 lässt grüßen. Ich hab dich. Tschüss. Und tot. Verdammte Scheiße. Verdammt. 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 Fack. viel Spaß alleine fuck you ich war mir gerade so sicher dass wir wenigstens etwas reißen können aua etwas sicher fuck fuck this shit I'm out wir werfen jetzt nur noch mit ihren Waffen mach jetzt keine Fortbewegung werf deine Waffe hab ich schon oh das war schön find ich auch wenn du das jetzt noch schaffst dann bin ich beeindruckt das wird nicht einfach weil ein Smash das war ein Schlag leider tut mir leid please don't hate me ey da kommt GD aus dem 1 und 2 Platz das ist auch neu können wir mal lila nehmen als Originalfarbe oder rot wäre super nimm doch mal den Skeletor oder da oder Core und nicht schon wieder nicht schon wieder Lucien und das sorry aber am Ende haben wir uns gut also gut geschlagen am Ende auch wenn ich am Ende dann wieder letzt leider der letzte war meine Hoffnung war am Arsch wie du gesagt hast viel Spaß alleine ich weiß du hast was anderes gesagt aber es kam mir so vor als hättest du gesagt so viel Spaß alleine hier du stirb sind das die gleiche von gerade sind das die gleiche von gerade? nein auf gar keinen Fall sind das die gleiche nein ich fick den so oft mit meiner Combo oder er stirbt von einer oder er stirbt ja die sind richtig schlecht aber hey du hast Core Core Bonus Bam tschüss Cornus oh mein Gott hä? Cornus Cornus hast ein paar Cornus auf deinem Lapp dann lass mir die mal anpacken auch anpacken ach schon beim hä? das hat nicht weh ich hab noch immer ich bin noch immer im wärmen Bereich ich bin im orangenen Bereich ich bin im orangenen Bereich ihr checkt nicht das ist ohne angepackt oder? Aua don't hurt me hast schon ich hab sie hoch Aua ich hab keine Waffe mehr ich bin geblischt in der Welt ich mag die Attacke hier die hier man kann die nicht einfach die am Boden aufladen und dann schmeiß die einen nach oben das ist cool wir wollen beide auf dich gehen na passt schon das Lappen na wie der eine richtig wichshaft äh richtig geiert nach meiner nach dem Kill hey hör auf grinsen Katze hier tschüss Muschi der eine macht nur noch das gleiche ne aber ich denke der kommt damit an Upsi tschüss Welt weißt du wodurch ich sterbe? nicht durch die Gegner sondern durch falsches falschen Zeitpunkt Banspruch Dominating also die nach oh mein Gott ich bin zuerst die 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 den macht das halt nur links rechts ausweichen und treffort ich komme dahinter nicht klar und ich dachte es war der erste Sieg für uns Köln ist es sich für uns sicher wieder ausrastet ausstelle ich habe Pause gedrückt das sollte man nicht in einem Online-Spiel machen 1 gegen 1 finde ich einfacher der springt sehr oft, du kannst ihn sehr oft mit Greifangriffen merken oder so ich rede den wie ein Bock wenn du am Ende verlierst dann das war es wohl ein I-Book fürs Verlieren fürs Kaputtgehen gemacht oh geht doch du Stein du Nokia du bist ein Nokia Handy warte ich höre dich gerade nicht ich habe aussehen du hast den Sieg in deinen Ohren ähm ich habe gerade aussehen meine Koppe rausgemacht ähm jetzt höre ich was Gigi ich überlege gerade soll ich mal den da nehmen der Roland ich nehme Roland komm ich nehme Roland ja oh jetzt nimmst du mich oh was für eine Erbe und die Muschi Katze 3,2,1 Brawl du 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 oh shit warte Sir Roland hat ne Dingslanze ja deshalb habe ich ihn genommen guck einfach auf die Symbole ich habe den Ultimate Ferdinand das ist das ist und auch ich habe diese Queena ja soo hart gekombot dann nicht mal mit was besonderem sondern einfach nur mit springen und nach oben ich weiß was witzig ist meine links Attacke oder rechts Attacke ist ein Schlag nach oben meine nach unten nach oben Attacke ist ein Schlag nach vorne da ist siehst du du hoas hoap a головk was super Hup ja die Wand ok oah ich dachte er hätte mich jetzt gespuhlt Wer ist deine Bitch? Wer ist deine Bitch? Wer ist deine Bitch? Komm her, Kuna, hier. Wer ist die Bitch? Du bist die Bitch. Ich mach dich zu meiner Bitch. Komm her. Oh, falter Mensch. Falsche Bitch. Du warst die falsche Bitch. Du bist... Oh mein Gott, ich hab mich zu einer Bitch gemacht. Nein, nein, bitte nicht. Ich will nicht sterben. Ich will flawless sein, dann. Jetzt hör wohl auf. Ist dir aufge... Oh mein. Ist dir aufgefallen, ich hab ein Laser-Schwert. Tschüss. Hey. Tschüss in my head. Jo, wirklich, tschüss. Tschüss. Ich wurde nicht mal von irgendeinem getötet. Ich hab mich selbst umgebracht. Ich bin runtergesprungen. Sir Roland. Oh mein Gott, ich bin voll so ein RPG-Mensch. Hier rein. Siehste? Sir Roland. Sir Roland. Aua. Geh weg Katze. Oh. Aha. Oh. War es deiner? Ja. Warum hab ich denn Angst gehabt? Och er dachte jetzt könnte er einen 1 gegen 1 gegen dich machen. Was für ein Opfer. Haha. Schade dass er nicht gewusst hatte dass sein free for all wird. Fick dich. Hui. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Wien. Wie so laut gut. Die lärm Hier erst. dann sind sie macht den kopf nach oben als finnisch der ist so cool nein ich mach den hier nee mach den kopf nach oben der ist cool er macht den schlag nach unten macht den schlag nach unten den aufgelandenen nach unten schlag aus fäschchen wii jetzt den schlag nach oben du musst es doch cool beenden ich hab mich selber in die Luft gesprengt ja okay ja okay es ist ja okay lehmer noob klar mannob büßen da mannob warte 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 er ist auch raus raus rausgegangen jetzt kommt das rastisch das bestehen nix ist teuer aber nix werde ich auf jeden Fall haben nix ist lustig zu spülen nix ist lustig zu spülen nix ist lustig zu spülen ja ich weiß deshalb spiel ich ihn die ganze Zeit aber jetzt spiel ich mal mit roland ne runde oh addshot machine oh schon wieder komm jetzt mobben bei dir richtig du kannst dich rollen wie du willst okay dank du mich nicht tötest aber ich hab beautiful hair gut 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 don't be so edgy alles ist gut put your boots in the ground oh falls maus der ist voll edgy auf dich die muschi die muschi du bist ein sauerer guck mich an guck mich an das du machst deinen freundentanz haha ich habe sie getäuscht oh shit arme muschi katze ach muschi katze komm rüber oh hallo ja warte ich muss kurz ja ich hab hier grad den königstiger lass den königstiger doch in ruhe lass ihn doch in ruhe lass ihn doch in ruhe er rastet doch schon alleine aus der arme jung das war eigentlich mein kill du hast mein free kill geklaut wo bin ich auch da bin ich halte mich halt r r r schade weißt du was ich jetzt mache oh fuck sterben ich wollte eigentlich einen bombencrank machen das war keine bombe das ist eine stachelkugel egal oh fuck stachikugel ich wollte einen stachelcrank machen stachelkugel los fuck das ist muschi katze hell for my kill hihihi katze down G Hey die, die quinai hat mich gesaved орон quinai hat mich gefällt 3 das war mein Volk ich trolle verbreitet Hup! 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 Upsi! Alter Mensch! Ja okay, tschuldigung was gegenseitig, das ist auch noch, das macht doch noch mehr Spaß! Oh, kleiner Genestieber, ruhig dich! Tschüss! Ich hab meinen Sensor wieder! Hup! Wie! Ja, Trollding, von einem Troll dahinter. Dominating! Oh shit! Hup! 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 Ushimushi! Ich hab meinen Trollschwert wieder! Miau. Miau ist wohl shut down. Miau ist genau shut down. Guck mir an, guck mir an, guck mir an. Du wisch den Boden mit deinem Stock. Schreib gleich im Chat, you just get trolled. Aua. Ist das Dreieck? Ich glaub, das Dreieck ist auch eine Wand. Ich dachte immer, da kann man durchbringen. Nein, kann man nicht. Wollen wir Team Deathmatch machen? Äh, einen. Free Fall. Hup. 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 Hui. 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 Wombo-Kombo. Machst du da. Frau. Ich tänze. Nicht nur Frau. Hups. Tschüss. Oh, das war ne Wombo-Kombo von uns. Ist der aufgefallen? Du hast was geschmissen und die hat, das hat die getroffen und ich hab die in den Griff gejagt. Ruhig. Ruhig, brauner. Ruhig, braunes. Oh, schade. Stuck. Au. Ich zieh mich endlich ernst, Sir. Dann fiss ich die jetzt. Hui. I feel my Chloe's Sword. It's beautiful and shiny. Und it's German hour. Ich bin ein Sir, wenn ich bitten darf. Hier fang. Falsch am Herd. Und bei Decker. Uhz. Baseballschläger. Komm. East get trolled. 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 Oh mein Gott. Hupsi. War egal. East get trolled. Nix. Soll ich, du willst erstmal eins gegen eins machen? Wir gegen eins gegen eins? Ja. Das war ne dumme Idee für mich, aber okay. Du hättest nicht rausgehen müssen, ne? Ach so. Ich join dir Wartel. Wen nimmst du? Ach, mal schauen. Nix. 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 Ich bin bereit. Ich guck grad, wen ich nehme. Nix. 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 Merkt euch diesen Namen, Leute. Lordrax. Nein. Nix. Macht einen LP dahinter und abonniert seinen Kanal. Genau. Merkt euch nix. Aber abonniert seinen Kanal. Searching for players? Ach so, hier auf Free For All. Ah. Dann hab ich's falsch gemacht. Nix. 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 Ah, kannst du mal lernen? Nix. Wir können mit Brasilianern spielen. Wir können mit Brasilianern spielen. Wir können hier mit dem Sport sagen. Du bist so weit weg. Du bist so weit weg. Du bist so weit weg. Blündpick. Ernsthaft? Nein, du bist so weit weg. Nein, Blündpick heißt einfach nur, dass du nicht siehst, was der Gegner nimmt. 3, 2, 1, brawl! Ja! Ja! Ich bin gerade zu unfähig, um mir die Waffe zu greifen. Danke. Okay. Ja. Ja. Hä? Apte Aua Apte Wow That is hurting me Howue Oop Got-e Aw failing Stained. Lalalalalalalala. Huichka. Hier ist... AAAAAH! Ich bin fair und lass dir die Waffe. Oh. Ach so. Ich lass dir die Waffe. Doch ich gehe wieder. Alter, nimm ich da nur Seiten. Ich bekomme. Tschüß, ich werde. Guck' mich an. AAAAAAitors Hui! Geh, 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 geh. Der schießt bei mir nicht nach oben. Der schießt bei mir nicht nach oben, aber der schießt bei mir nicht nach oben, aber der schießt bei mir nicht nach oben. Juhu! Juhu! Tschüss! Läther Style, aber jetzt bin ich tot. Wuuu! Juhu! Du hast den Gap, den wir gott. Juhu! 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 Oh. Oh shit, oh shit. Yay. Okay, das war ein Glück, das war ein Glück. Was, du liegst da vorne, hab ich gar nicht bemerkt. Was passiert? Ich achte eigentlich gar nicht auf die Punkte. Aber irgendwie ist das langweilig. Ja. Geh auch mal aus dem Raum wieder raus. Bin ich, bin ich. Sollen wir wieder? Mhm. Sollen wir lieber Dodgebomb oder Bombskipball? Heißt was genau? Weiß ich nicht mehr. Nimm eins von beiden. Also Völkermombe oder Bombskipball? Ja, Basketball mit Bombe. Hm, das erste. Völkermombe. Völkermombe. Da spiel ich als mich. Ich bin für die große Arena. Hey, es ist die große. Ganz ehrlich, würde das da nicht stehen, würde ich nicht wissen, welche die große und welche die kleine ist. Oh, shit. Nur weil du im Hintergrund bist. Oh, cool. Nimm das mal. Und das, was? Weil du in den Untergrund bist du nicht so. Ich sehe mich gar nicht mehr an. Ein Basketballspieler. Oh, shit. Ich habe die abgefangen. Geh weg! Geh weg! Geh'n Bull! Geh' weg! Na toll! Nehmt! Meine Richtung! beim Völkerweil darf man aber glaube ich den Gegner nicht verprügeln okay alle werden zum MrNixRP Hale! Hale tut nix rp! Hale to him! In Hale my Dorn, ihren Wünschman child! Hale my Dorn, ihr Wünschman child! Hale my Dorn, ihr Wünschman child! Ja, kannst du den Stein hüpfen lassen? Oho, oho, dreimal! In Hale my Dorn, ihr Wünschman child! Oho, ich hab eine Bombe! Oho, da bist du erst aber richtig reingesprung! Oh Fall! Bomb? Au! Bomb? Au! Ich hast de Bomben! Du sollst den Bomben ausweichen! Ich bin ein Bombenmagnet! Lassen mich in Ruhe in Hildes Bomben um ein Gott mitnehmen in Wettbewerb bis jetzt reingesprungen ja vier Stück ganz gut in Hilde Bomben und ich bin Teil und ich bin auf Prügelweg ich wenn sie ein Bomben spielten wie ach so wird vertreten und wünschen Auer ein Heller das morgen nochmals die Maubarheit früher als heute muss man schauen wann kommt nur eine Person morgen wieder 12.30 im Bahnhof das ist noch eine Runde Bombskate bei dem Spiel zum Krönen den Abschluss dann gegen einmal nochmal gegen Leute und dann müssen wir gewinnen Blue Phantom gegen Red Bull was müssen wir denn machen ich glaube wir müssen mit den Bomben die C-Scheiben abwerfen ouch jep wow was wow was wow was 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 weil ich den Dings gebrochen habe Ups ich hab's gesehen du hast dich mit der Bombe selbst abgeschmissen Oho der Däden der Däden das war vor vorprogrammiert Oh shit der Däden dafür ist nicht vorbereitet ich auch nicht, darauf auch nicht ich auch nicht, darauf auch nicht Geh weg Geh weg Geh weg du Dorn Geh weg du Dorn kann man die auch auffangen oder so? ja ja richtigen Moment X drücken oh das war nicht der richtige Moment in hell my door hofft die Rundfunk die Rundfunk wird wohl verpackt gut die Rundfunk auf das zu tun, was ich nicht will du sprichst auch wirklich gerne in Bomben rein du auch wie es aussieht das hat dir keinen Pluspunkt gegeben aber mehr ein Minuspunkt oh fuck in der Nähe ich bin zu empfohlen mein Gott Slammdanget into it falsche Richtung geworfen ja ich weiß in hell my dog ich bin ein guter Kopfwart child oh ja du kriegst keine Punkte mehr ich springe einfach dazwischen oh shit ich war uns unsiegbar ah fuck in hell my face ich bin ein ich bin ein ich bin ein fuckfest ein fuckfest das ist ein richtiges fuckfest und bam in hell my dog haha das hat dir keine Punkte gegeben in hell mein moon ja bemürtet oder ich sprawste w ping了 in der letzten Sekunde ja beaches fiel die Unwünsch mit dem das muss man erhält Prozent du musst nicht aus dem Raum gehen nach ich habe neue Farbe glaub ich bekommen nein ich hab auf Stärke Prozent zwei gegen zwei Regen hier ist es nix das auch ein neuer Charakter wer ist ein Barazza unter dem unter dem random rechts ach den gibt's schon länger hab ich zum ersten mal alles gesehen du hast eher drauf geachtet ich vermisse Core, ich will mein Core wieder haben mein Gammelstein mein Minecraft oh nix hat ein neues Schwert ne neue Sendung der Typ kennt sich wohl mit Zocker aus also so jetzt hoppen wir mal dass wir gewinnen das mein ich ich mein jetzt nicht der ist gut ich mein wir hatten nicht das flach das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 McMahon-ZDF für funk, 2017 Und die verpissen sich direkt. Die können nicht in der Schande leben. Mein Elo-Waiting ging hoch wie es aussieht. Nein, noch nicht. Ich brauch noch ein Match. Noch ein Match? Wollen wir jetzt ein Match machen wir noch, oder? Na gut. Vielleicht finden wir jetzt jedes Mal ein paar Leute, die ich vielleicht ein bisschen tun kann. Ähm, ich hab jetzt Bock auf. Schmor. Okay. Ich bin hell und du bist dunkel. Ich bin Emu, du bist Bock. Und... Fass. Ich glaub ich die selben. Das sind die selben. Hast du mit seiner Sensorie? Nein. Komm schon mal... Das wird schon ziemlich witzig. Läuern weiden. Ich hab jetzt mal... Wollen wir jetzt nicht... Wollen wir jetzt nicht? Wenn Sie sagen, dann ist die Was für die Omen. Werden wir ein, der du jetzt packt und dem. Werden wir den! Und dann ist das nicht gewissen. Aber wenn es gelbbacks wird, dann wird das ein可能. Untertitelung. BR 2018 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 Nein, du hast mich nicht umgebrochen, ich bin einfach runtergefallen. Untertitelung. BR 2018 Ich bin down, komplett. Die haben mich die ganze Zeit nach unten getreten. Aber jedes Mal haben beide wieder wenig Leben. Pass auf, ein Schlag für dich und dann bist du down. Ich weiß. Ja. Fuck. Ja. Ja. Metalow ist Komplott. Was heißt Komplott? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der möchte eine spezielle Art von Marmelade haben. Ich hab eine Komplott verlixtet. Oder Komplett. Aber nein, Komplott. Okay, dann. Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ne Bewertung da. Train next. Sag ciao ciao. Like, comment, subscribe, and donate.